Ich bleib hier auf der Wache, das geht alles klar, los. Oh, geht auch weg! Mann! So, erstmal Munition aufladen. Das, was halt fehlt. So, scheint nicht viel zu sein, was gefehlt hat. So, und was, äh, muss, warte, stopp. Spiel speichern. Ich hab keinen Bock, das Ganze hundertmal immer nachzuzocken. Ist hier irgendwas passiert, dass irgendwas aufgesprengt wurde? Nein. Oh, ich auch entgegne. Ich check grad Zero. Nicht ganz ehrlich. Geht's hier rein, wenigstens? Oh, Bullshit, was ist denn los? Wow! So, ist dann jetzt alles kaputt? Oh, ich finde das Gerät cool. Richtig krasse Werfer. Mal gucken, ob was kommt. Scheinbar nicht. Beide, da wird irgendwas geschossen. Wauw. Was ist das? durch ich wollte gerade sagen, irgendwie dauert es ein bisschen wow ja, wir sollten ja nicht das Spiel mal sprechen geile Sache, ey diese scheiß Ebene, jetzt einfach so war das Ding eigentlich nur in die Zone? wow, da geht es weiter kommt die jetzt in Endlosschleife oder muss ich das verstehen ja komm hm das finde ich jetzt ein bisschen witzlos 3, 2, 1 komm hm ok, gut, es scheint so als ob geil, Medikids wow, da kommt ja doch was drecksvieh, alter jetzt kommt es auf einmal wieder, oder was? jo, was ist das für ein Scheiß jo, genau wow wow ja 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 ne ne jo, genau ey ne ja ne Ich hasse es. So, seid ihr mal tot jetzt alle? Ich glaube, da hinten läuft noch einer rum. Meine Hand wird kalter, ist das Gefühl. Wow, ist das ekelhaft. Hört ihr das auch? Dass wenn man so am PC hockt, dann irgendwann die Maushand irgendwie kalt wird? Muss ich da reinhören? Alter! Richtiges Tramput. Wer hängt denn der in der Luft? Äh, okay. Wow, 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 wow. Hat Laser voll? Nein, schade. Was jetzt hier abgeht, mittlerweile. Wow! Oh, stirb! Bisschen ganz genau, dass du sterben wirst. Was haben die gesagt? Ich hab' den Funk nicht verstanden, schade. Ich hab' den Funk nicht verstanden, schade. Ich liebe irgendwie Funk. Also, egal ob jetzt wo, ich höre mir gerne so Funk-Dinger an. Keine Ahnung, sei es Einsatzkräfte oder einfach nur im Bus oder im Zug, whatever. Wahrscheinlich. Lieg' wahrscheinlich daran, dass man dann einfach Informationen bekommt, die fürs Personal bestimmt sind und sowas mag ich. Eheh, ey. Dann erstmal ein Schlauhr als die anderen. Ich will dieses Medikit. Medikit? Ähm. Äh, hallo? Fass. Jetzt rein müssen mittlerweile Speicher nochmal zwischen Ich hab nämlich einfach echt null Bock Alter, was ist denn das für ein Shit? What the f... Jo, was ist das für scheiß Zecken jetzt noch? Oh Mann Immer muss ich mir irgendwas ausdenken Wie man hier überleben soll Aber ohne Spaß, wie soll denn das jetzt hier funktionieren? Da kommen ja auch keine runter, wenn ich weg bin Ist das Mutterfühlen immer kaputt oder so? Alter Alter Ich will irgendwie so ein Räucherding haben Um hier auszuräuchern Waren das jetzt mal alle? Alter, ist das ekelhaft Eieieiei Eieieiei Ah, das handige ich hinter diesem Tor, okay Gut, nice Kann ich das Auto haben? Können wir ein bisschen auf GTA hier machen Ah, hier ist so ein Tor zum Aufwachen Oh oh Wow Alter Was geht hier ab? Shit Ich hab da also die Tür aufgemacht Ich hab zwar gesehen, da flog was Dachte ich Okay, eine Granate Und dann dachte ich Da explodiert doch nichts mehr Jo, jetzt ist hier wieder zu Oder was? Oh Oh Hm Ah Das ist Le Hebebühne Krieg ich jetzt das Auto? Komm schon Geht doch kaputt Gut, Mann Oh, jetzt Zum Mäusemelken So was Alter Oh, floget Licht an Cool Hä? Was ist hier? Oh Da, dieser kleine Wichser Wechsel Zum Kotzen So was Hä? Ach, ich bin unter die Hi Unter die Bühne gekommen So So Erstmal Heil Trying to Wo T T T T T T T Alter! Die Dinger müssen echt eine Panzerung haben. Das gibt's doch nicht. So wie die auftreten hier. Jo, was war das jetzt? Ey. Jo, was geht ab? Cool, jetzt ging's irgendwie... ...hier ans Gerät. Alter. Ich glaube, ich schieß dann mal rein, dann geht's... Wow! Ey, wie kommen denn noch von den Viechern? Unschuldig weggucken. Okay, das war's scheinbar. Boah, was geht hier? Ich warte mal, bis sie ein bisschen fertig sind mit ihrem Kampf. Boah! Boah! Früh am Morgen. Irgendwie so 12 Uhr höchstens. Ah ne, Viertel vor eins. Aber egal. Wie gesagt, früh am Morgen. Ich hoffe, hier ist noch irgendwas ekelhaftes. Im Gange. Ähm, ich speicher hier auch nochmal ab. Denn dieses... Ist grad ein sehr action-reicher Abschnitt. Wie ich finde. WTF, wo kommt der jetzt her? Der war aber doch bis eben noch gar nicht da. War klar, dass ich zu weit springe. Diagnostiziert. Ja, was haben wir hier Schönes? Lasermunition. Geil! Wow, fuck ist das hell draußen. Energie jetzt auf. 40 Prozent. Jetzt auf. 55 Prozent. Alter! Benimm dich du hinne! Die Freundin hier kommt zu Heim von Uni. Erstmal hier schön gemütlich machen. Geht so hier nicht, ne? Boah, was ist das für ein... Hm, hat geklappt. Hast du ein Munition? Ach, das ist so ein Alien. Woah! Heilung! Geil! Nachladen. Wut geht ab. Pfh, schreien! Pfh! Pfh! Ich hab den Person! Für den besten! Pfh! 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 Pfh!